Aloha, es geht weiter. Ich konnte das doch noch nicht machen, weil mein Team eigentlich, meine Mittelfeldspieler alle scheiße sind. Deswegen, naja. Ich brauche nämlich als Team Superstar-Spieler und keine Ahnung, Kid und sowas. Da lohnt sich das nicht. Also Sandal F brauchen wir. Der kostet 770. Oh, gegen Italien, ey. Guter Tier, kein Schiri gibt. Mach die Aura an. Oh, die kloppen aber auch rein, ey. Haha. Ey, ich lack mich hier nur durch, ey. Mach die Aura an. Komm, Nash, mach mal. Ach, du bist gar nicht Nash. Komm schon. Gib ihm den. Jawohl. Aura hat. Ach, du da. Ah, sauber. Sauber, die Olle. Ah, mein Kaffee ist alle. Ich bin so traurig. Nein. Ah, da. Wir haben den Ball. Und, komm schon. Ach, schade, Alter. Jawohl, Alter. Wie geil ist das denn? Hahaha. Aber dafür haben die jetzt den Ball. Das ist scheiße. Würde ich jetzt mal so behaupten. Jawohl, jawohl, jawohl. Nein. Ach, das ist mein Teddybücher. Ach, sieht ja süß aus. Ah. 3-3. Ich glaube, wenn man... Ist das... Deathmatch? Also wenn... Oh, Aura. Ich muss Aura anmachen. Wer hat denn hier die Aura, du da? Er. Ach, nein, ey. Ach, kacke. Jetzt hör wir Aura umsonst an. Ach, Mann. Hm. Oh. Weil wir jetzt verloren haben, kriegen wir... Irgendjemanden. Gut so. Ach, der ist noch gar nicht da. Aktualisiert. Okay. Der sollte aber jetzt da sein. Higher Player. Wer ist das denn? Ach, das ist bestimmt so ein schlechter. Hier, den Sundal F brauche ich. Curry A lohnt sich auch. Der nicht mehr. Haben wir denn noch hier? Naja, nicht wirklich gute Mittelfeldspieler. Kelly R vielleicht noch. Ich brauche keinen Verteidiger. Das? Ach so. Hm, Sponsor? Nö. War ja klar. Upgrade Facility? Haben wir wieder was bauen? Modern Gym. Oh. Immer her damit. Kostet bestimmt teuer Kohle. 1500. 500. Alter. Aber gibt Stärkepunkte. Neun Stück. Hm. Gegen Deutschland. Oh, die haben Wessler. Berlin Stadium. Ha, korrekt. Alter, die Deutschen gehen ja voll ab. Kannst ja gar nichts machen. Die pöllen sogar meine besten Stürmer weg. Ich hab ja nur zwei. Sauber Puppe. Oh, das gibt aber mächtiger. No. Åh. Ja.